Was sind Erwartungen an die Bachelorarbeit in Ihrem Fach? Ja, eine Bachelorarbeit ist für uns so quasi das erste kleine Meisterstück im Hinblick auf wissenschaftliches Arbeiten und Forschen. Auch wenn es nicht den Anspruch erhebt, neues Wissen zu produzieren, sollte man doch in der Lage sein, eben eine politikwissenschaftliche Fragestellung formulieren zu können, die gut eingegrenzt ist, die bearbeitbar ist und die man auch beantworten kann mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, die man selbst hat. Es kommt darauf an, dass das selbstständig bearbeitet worden ist, also dass man demonstriert, dass man eine gewisse Souveränität erlangt hat im Umgang mit der wissenschaftlichen Literatur. Das heißt auch, dass man den Forschungsstand im Hinblick auf die Fragestellung oder auf das Teilgebiet, das man beforschen möchte, gut kennt. Also das heißt, dass man im wissenschaftlichen Diskurs in gewisser Weise angekommen ist, dass man weiß, was sind die relevanten theoretischen Modelle, die man zur Verfügung hat und die man heranziehen kann, um zu forschen, dass man das methodische Handwerkszeug beherrscht, sprich, dass man systematisch Daten erheben und auswerten kann und dass man das alles dann miteinander in Beziehung setzen kann. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, die, glaube ich, auch im späteren Leben immer noch bestehen bleibt, nämlich dass man allgemeine Konzepte mit ganz konkreten empirischen Material in Verbindung bringen muss und das eine das andere sozusagen bereichern soll. Und schließlich geht es natürlich darum, dass man die formalen Kriterien gut erfüllt, dass man die Techniken wissenschaftlichen Arbeitens in sauberer Weise anwenden kann, dass man richtig zitiert, dass man die Quellen kritisch überprüft und belegt, woher man was bezogen hat an Ideen oder an Daten und dass man auch eine gewisse Fertigkeit im Schreiben, in der Darstellung, in der Präsentation dessen, was man beforscht hat, erlangt hat. Von einer Bachelorarbeit erwarte ich mir, dass sich Studierende motiviert, dass sich Studierende motiviert mit einer bestimmten Thematik auseinandersetzen, dass sie fokussiert an das Thema herangehen, ja nicht zu viel herumschweifen und dass sie das Thema wirklich von allen Seiten beleuchten. Das heißt nicht in den Bias-Fallen nur eine Seite zu beschreiben und vielleicht die andere Seite der Medaille zu vergessen. Also es ist beides, es gibt meistens nicht schwarz und weiß, sondern es gibt beides und beides darzustellen ist natürlich ganz essentiell und wichtig ist mir auch eben die persönliche Schlussfolgerung daraus und die Ableitung von entweder neuer Fragestellungen oder beispielsweise auch von Maßnahmen, die man dann in Folge oder als Resümee ableiten kann für Interventionsprojekte beispielsweise. In meinem Fach, in der Mathematik ist es so, dass von einer Bachelorarbeit definitiv nicht erwartet wird, dass man ein neues Resultat, eine neue Forschungserkenntnis generiert im Zuge der Bachelorarbeit. Das hat damit, das ist vielleicht ein Spezifikum meines Faches, aber in der Mathematik ist es so, echte Forschungsfragen, die also über das Bekannte hinausführen, sind auf einem Niveau, das also einem Bachelorstudierenden nicht zumutbar wäre. Das heißt, bei uns ist es so, dass die Bachelorarbeit im Wesentlichen daraus besteht, sich ein Thema zu wählen, ein bisschen außerhalb des herkömmlichen Kanons, was ohnehin in Vorlesungen und Übungen bei uns angeboten wird, also nicht unbedingt etwas, was man ohnehin schon selber in einer Vorlesung gehört hat, sich ein Thema zu wählen und sich dieses Thema dann selbstständig zu erarbeiten, also zu überlegen, was brauche ich dafür eigentlich, wie muss ich das einkleiden, wie muss ich das einleiten, wie kann ich die Sache so darstellen, dass klar wird, warum mich die Sache interessiert, wie das funktioniert, wie das zentrale Beweisargument funktioniert. Also das sind die Dinge, die erwartet werden, dass die Studentin, der Student im Rahmen der Bachelorarbeit demonstriert, also diese Fähigkeit soll demonstriert werden. Das sind eigentlich die Erwartungen. Ja, also im Fach Deutsch als Fremd und Zweitsprache erwarten wir schon empirische Arbeiten, also wir rechnen damit, dass die Studis bereit sind, eine kleine empirische Untersuchung durchzuführen. Ich weiß, dass man oft der Meinung ist, also wenn man hört, Bachelorarbeit, ja, es wird eine theoretische Arbeit sein und man muss nur irgendwas zusammenfassen, also so sehen wir das am Fachbereich Deutsch als Fremd und Zweitsprache nicht. Also wir gehen von der Annahme aus, dass die Studierenden in der Lage sind, eine eine empirische, eine kleine empirische Untersuchung durchzuführen, dass sie in der Lage sind, Daten zu erheben. Es müssen jetzt keine riesigen Corpora sein. Wir sprechen hier von Interviews mit Lehrenden, mit unterschiedlichen Zielgruppen, die mit unserem Kontext zusammenhängen oder irgendwelche Tests oder Experimente. Also das kann alles auch im Kontext einer Bachelorarbeit durchgeführt werden. Das heißt, dieser empirische Charakter, der ist bei uns sehr, sehr präsent. Und ich weiß, dass es für die Studierenden auch sehr schwierig ist, so eine empirische Arbeit zu schreiben. Aber das ist, glaube ich, auch die Aufgabe der Lehrenden, die ein Bachelorseminar leiten, dass sie die Studis richtig navigieren, dass sie ihnen zeigen, in welche Richtung die Arbeit gehen soll, welche Instrumente man zur Verfügung hat. Es gibt ja viele Forschungsinstrumente, die die Studierenden nicht kennen und die sie erst im Laufe des Bachelorseminars kennenlernen. Es muss nichts Neues geschaffen werden. Die Studierenden sollen quasi unter Beweis stellen, dass sie in der Lage sind, den Diskurs in einem bestimmten Bereich theoretisch zu erfassen. Aber es ist immer wieder schön zu sehen, wenn es auch empirische Arbeiten gibt, in denen tatsächlich etwas Neues rauskommt. Und diese Empirie ist für viele Studierende etwas, was ihnen die Augen öffnet. Sie sehen dann, ich kann auch wirklich zum Diskurs beitragen. Und obwohl das oft nur ein kleiner Beitrag ist, dann freuen sich die Studien. Und ich glaube, die Betreuerinnen freuen sich auch über diesen Beitrag, weil man dann sieht, ja, auch auf dem Bachelor-Niveau kann man neues Wissen generieren. Was sind denn typische Herausforderungen bei der Themenfindung für eine Bachelorarbeit? Also ich glaube, die Bachelorarbeiten werden in verschiedenen Instituten verschieden gehandhabt. Also bei uns in der Philosophie schreibt man zwei Bachelorarbeiten. Das sind also etwas längere Essays als ein normaler Essay für ein Seminar. Und das macht die Sache wesentlich leichter als der vergleichbare Fall der Masterarbeit. Denn in der Bachelorarbeit ist man ja schon in einem Seminar mit einem bestimmten Thema. Man redet Woche für Woche zu diesem Thema. Und jetzt sucht man sich aus dieser Palette der Themen, die im Seminar vorgekommen sind, eines aus, das einen besonders anspricht. Vielleicht hat man zu einem von diesen Themen einen einleitenden Kommentar gegeben. Oder vielleicht hat man zu einem Thema besonders viel sagen können. Oder ein bestimmter Text hat einen ganz besonders geärgert. Also ist wichtig, dass man einfach etwas herauspickt aus dem Seminar, durch das man sich vor allem angesprochen gefühlt hat. Und das Wichtige ist bei der Bachelorarbeit immer bedenken, es muss nicht so groß sein. Eine Bachelorarbeit ist ja relativ begrenzt. Das sind ja nur so 20, 25 Seiten. Und die Studierenden haben ja auch schon andere Semesterarbeiten geschrieben. Also da würde ich vor allen Dingen sagen, die Sache entspannt angehen, das Seminar erstmal laufen zu lassen. Und wenn so vier Fünftel des Seminars um sind, sich einfach mal zu überlegen, zurückzutreten von der ganzen Themenflut und sich zu fragen, ja und was hat mich jetzt eigentlich am meisten angesprochen? Was hat mich am meisten geärgert? Wem möchte ich widersprechen? Dann ist man schon nah dran, ein Thema zu haben. Ja, wenn man sich fragt, worüber möchte ich schreiben? Was ist ein adäquates Thema für eine wissenschaftliche Arbeit im Studium? Dann ist natürlich der erste Ansatzpunkt, dass man sich fragt, was interessiert mich eigentlich? Warum ist das so wichtig? Weil eben das forschende Herangehen an eine Fragestellung sehr viel Einsatz, sehr viel Arbeit erfordert und daher braucht man einen langen Atem. Und wenn man, wenn einen das wirklich interessiert, diese Fragestellung, dann ist die Gewehr gegeben, dass man auch bis zum Ende motiviert bleibt. Und insofern eben ist das Interesse der Ausgangspunkt. Aber dann muss man sich natürlich fragen, wenn ich ein bestimmtes Interessensfeld mir angesehen habe, dann schaue ich, was gibt es bereits dazu an wissenschaftlichen Fragestellungen? Was wurde bereits erforscht? Was ist der Wissensstand? Und das ist, glaube ich, ein zweiter wichtiger Ansatzpunkt, dass man mit der eigenen Fragestellung an den gegebenen Forschungsstand ankoppelt sich. Dass man nicht zum hunderttausendsten Mal die gleiche Fragestellung, die eigentlich eh schon bearbeitet ist, wiederholt, sondern dass man eben versucht, etwas, ein kleines neues Stückchen dazu beizutragen, indem man auch nur einen kleinen Teilaspekt zusätzlich erforscht. Und auf diese Art und Weise, glaube ich, kann man sich annähern oder verbinden das, was einen selbst interessiert und das, was in der Forschungsliteratur im jeweiligen Fach bereits dazu vorhanden ist. Und diese Verbindung herzustellen, glaube ich, dann kommt man immer näher hin zu einer konkreten Fragestellung, die handhabbar ist. Ich würde sagen, dass zu den größten, noch besser gesagt, zu der größten Herausforderung die Entwicklung einer guten Fragestellung gehört. Und die Fragestellung muss sinnvoll sein, die muss gut eingegrenzt sein. Und das ist, glaube ich, das, was den meisten Studierenden schwerfällt, was für sie wirklich sehr, sehr herausfordernd ist. Und mit der Fragestellung, mit einer guten Fragestellung hängen natürlich auch viele weitere Aspekte der Arbeit zusammen. Also gemeint ist zum Beispiel die Gliederung der Arbeit, das ganze Forschungsdesign, die ganze Aufbereitung der Daten, Auswertung und so weiter. Also wenn man eine gute Fragestellung hat, und das betone ich immer wieder in den Lehrveranstaltungen, dann kann man sich fast sicher sein, dass sich die Arbeit von sich selbst schreiben wird. Es ist vielleicht jetzt irgendwie zugespitzt dargestellt, aber ich erlebe wirklich sehr oft Studierende, die sehr lange an einer Fragestellung arbeiten und dann sehen sie, okay, jetzt habe ich die Fragestellung, jetzt weiß ich ganz genau, was ich untersuchen möchte, jetzt weiß ich ganz genau, welche Quellen ich heranziehen möchte, jetzt weiß ich ganz genau, wie ich die Daten erheben werde, wie ich sie aufbereiten werde, wie ich sie ein gutes Gefühl, sowohl für mich als Lehrenden, als auch für die Studierenden, wenn man dann weiß, okay, ich weiß, wie die Arbeit sich weiterentwickeln soll. Also zur zweiten Herausforderung gehört auf jeden Fall die Recherche, da ich weiß, dass die Recherche für viele Studierende mit der Suche auf Google beginnt, habe ich auf meiner persönlichen Homepage auch so eine Sammlung von unterschiedlichen Datenbanken veröffentlicht und zusammengestellt, damit die Studierende auch sehen, dass es neben Google auch noch weitere Datenbanken gibt. Es ist für mich immer wieder überraschend, dass die Studierende überrascht sind, was es alles gibt in einem bestimmten Bereich und durch diese digitalen Angebote und durch die Angebote der Universitätsbibliothek und ja, es gibt ja sehr, sehr viele Möglichkeiten, um zu recherchieren, sehen dann die Studis, wie umfangreich ein bestimmtes Thema sein kann. Umso wichtiger ist es, dass auch wirklich die Fragestellung sehr, sehr gut entwickelt ist. Und die dritte Herausforderung ist aus meiner Sicht die Zeitplanung. Das ist etwas, was in den Exposés oft nur so nebenbei erwähnt wird. Also in den Exposés muss ein Zeitplan drinnen sein. Das ist so ein integraler Bestandteil von jedem Exposé. Und ich merke, dass die Studis halt irgendwas hinschreiben, damit halt dieser Punkt abgehakt werden kann. Und ich sehe oft absolut unrealistische Zeitpläne. Das heißt, heute gehe ich in die Bibliothek, nächste Woche schreibe ich den Theorie-Teil, übernächste Woche mache ich die Erhebung und dann wird die Arbeit fertig sein. Also die Studierenden rechnen mit keinen Verzögerungen. Und das ist etwas, was im Forschungsprozess bei der Forschungsarbeit immer wieder vorkommt. Ich habe noch nie ein Forschungsprojekt durchgeführt, das genau nach dem Plan funktioniert hätte. Also sowas, vielleicht arbeite ich auch falsch, aber ich glaube, dass es bei jeder Forschungsarbeit, in jedem Forschungsprozess auch Verzögerungen gibt. Und das kann unterschiedliche Gründe haben. Und ein möglicher Grund wäre natürlich Corona. Das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr großer Verzögerungsgrund. Aber es passiert immer wieder sowas, dass zum Beispiel die Interviewpartnerinnen absagen, dass sich zeigt, dass die Interviewpartnerinnen nicht passend sind, dass sie zu der Forschungsfrage nicht passen. Also es gibt sehr, sehr viele mögliche Gründe für eine Verzögerung. Und also die Zeitplanung, eine realistische Zeitplanung ist etwas, was die Studierenden auf jeden Fall mitbringen müssen und worauf sie sich auch einstellen müssten. Sie müssten in dem Zeitplan alle möglichen Faktoren, die bei einem Forschungsprozess eine Rolle spielen, berücksichtigen. Also da kann ich auch wieder nur von meinem Fach sprechen oder eigentlich in Wahrheit überhaupt nur von meinen Erfahrungen. Nach meiner Erfahrung ist es so, dass viele Studierende am Anfang teilweise gar nicht recht wissen, was sie, die haben vielleicht eine Vorstellung von dem Gebiet, das sie ungefähr interessiert, können aber nicht gut einschätzen, was jetzt eine Auswahl wäre, eine spezielle Themenwahl, die für eine Bachelorarbeit geeignet ist. Was manchmal passiert ist, dass die Studierenden sich ein wenig überschätzen und eigentlich mit Vorschlägen kommen, wo ich dann sagen muss, ich glaube, das wird zu viel oder das geht doch über eine Bachelorarbeit hinaus oder da ist gar nicht klar, ob wirklich eine Lösung gefunden werden kann, jedenfalls nicht in dem Zeitraum. Die Bachelorarbeit wird bei uns normalerweise innerhalb eines Semesters geschrieben. Das wären vielleicht die Punkte, wo man sagen muss, da kann es manchmal notwendig sein, dass der Betreuer oder die Betreuerin der Bachelorarbeit eingreift und sagt, aufpassen, das ist vielleicht zu ehrgeizig gewählt. Das ist das Einzige, was vorkommt und das andere, wie gesagt, dass Studierende manchmal gar nicht recht wissen, was eignet sich jetzt aus dem Gebiet, was mich interessiert, was könnte ich denn da machen, auf was könnte ich mich da konzentrieren. Das sind aus meiner Erfahrung die Punkte. Ich bin froh, auch für jetzt die Kabupaten. Das ist das Einzige. Ich bin froh, auch für jetzt. Ich bin froh, dass ich den Bezug auf die båpluie erzählen möchte. Ich bin froh, dass ich jetzt nicht wirklich in einem prophe puedenstehen. Vielen Dank.